Vielleicht haben Sie schon festgestellt, dass es Probleme geben kann. Man nennt das Laufzeitfehler. Laufzeitfehler bedingen den Tod des Hamsters. Stellen Sie sich beispielsweise vor, der Hamster steht vor einer Mauer und Sie geben ihm den Befehl vor. Ja, dann donnert er gegen die Mauer. Das führt dazu, dass er stirbt. Letztendlich führt das zum Abbruch des Programms. Und das ist ein Laufzeitfehler. Programme mit Laufzeitfehlern sind nicht korrekt. Andere Laufzeitfehler, und damit bedingt der Tod des Hamsters, können auftreten, wenn man dem Hamster den Befehl Nimm gibt, aber auf der Kachel, auf der er gerade steht, liegt gar kein Korn. Oder man gibt ihm den Befehl Gib. Der Hamster hat gar kein Korn im Maul.